Achso, ich bin jetzt auf YouTube oder was? Ja, genau. Nimmst du mit auf und dann... Hallo. Hey, yo, Leute. Hallo. Wer ist denn da? Gut. Niemand. Wir haben gerade Aufnahme gestartet. Warum meinst du das in meinem YouTube-Kanal? Achso, ich bin jetzt auf YouTube oder was? Ja, genau. Nimmst du mit auf und dann... Hallo. Ich will Markus haben. Markus ist mein Gunner. Ist so, Walla. Ja, Noxon kann bei mir mitfangen. Mein Leben zwar nicht lange, aber zu spät. Ja, egal. Dann fahr ich halt mal allein. Das ist geil. Ein Harriser ohne Gunner. Er macht das alleine. Hm, kann weisen. Ich hab sowieso gerade die Viper mit Wärmesie drauf. So, und jetzt brauche ich hier mal Harris da. Was brauche ich denn für den Harris dann noch? Oh, ich brauche ihn nur noch. Äh, 223 Roadkills. Wie viel? 223. Oh, da kommt eine Armee. Scheiße, Leute. Da kommt eine Armee. Scheiße, Leute. Da kommt eine richtig Armee gerade so. Sandra. 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 Sandra, drei Brawler, zwei Sandra. Ja. Oh, shit. Da brennt was hin. Da kommt noch mehr. Oh, da ist noch ein Poiler. Scheiße, ich weiß gar nicht, ob ich schießen soll. Ich hab jetzt nur den Leibach drauf. Sie haben besser noch gar nichts, dann sehen sie mich nicht. Oh, der Poiler hat mich aber gesehen. Scheiße, ich hab den gar nicht. Ich geh in Deckung lieber mal. Ja, ich hau ab und steig jetzt außenverlegt. Ich hoffe, dass er mich nicht sieht, aber ich stehe. Ich glaube, wir fahren mal da rein. Ja, bin tot. Ja, der brennt sogar. Ich hab schon gleich eine Battle-Lip. Fuck! Wahrscheinlich alle von links. Ich hab den C4 gedrückt, dem Tibi. Da ist auch noch eine Mossi. Das ist alles. Ich glaube, hier stehen wir ganz gut geschützt von der Mossi. Hier musst du uns erstmal finden. Vor allem sehen wir einfach genauso aus wie die Basewand. Und, äh, Liberator-Flip hier noch irgendwo. Wir sehen einfach echt aus wie die Basewand, oder? Ja. Wo seid denn hier schon wieder? Perfekte Tarnung. Wir sind in der Base. Basis. Ich kann nach Terrace da fahren. Ich kann da reinhüpfen und wieder rausfahren. Wie ich will. So, jetzt fahr ich mal aus dem Wegpunkt. Weil jetzt, glaube ich, ist hier safe. Wartet auf mich. Ich komme auch noch. Futo hat sogar auch überlebt. Ja, fahr bei Futo mit. Der braucht ihn gerne. Ich wüsste. Ich hab... Ein C4 hat mir gefehlt. Das war so mies. Oh, der war der Sichtungsbonus. Nice. Und für die Subseite. Da bin ich. Oh, shit. Pappappappappappapp. Yo, und jetzt kommt natürlich... Oh, da kommt eine Lib. Yo, nee, da gehen wir nicht hin, Futo. Wie kommt es auf so eine behinderte Idee? Wo denn? Die komplette Base mit einem Wegpunkt ist umstellen von ungefähr 30 Brawlern, 5 Liberatorn, 10 Mossi... Ist doch geil. Warte mal, ich komme. Ich will das mir auch angucken. Oder sollen wir zu East River Sky Station? Ja, ich will mir das erstmal angucken und dann können wir immer noch... Ich würde sagen, wir verteidigen wir East River Sky Station, ne? Ja. Alles schlecht. Ja, ich will mir das trotzdem angucken. Da ist sofort Aktion. East River ist sofort Aktion. Wir fahren ja gleich weg. Ja, da ist aber die Lib. Bitte dreh ab, bitte. Ich will die SD haben. Sie hat sogar noch einen Panzerkiller ab. Ja, von der Panzerkiller wurden wir auch gerade zerlegt. Na, na. Guck. Da kommt noch eine Lib, da kommt noch ganz viel mehr. Wenigstens bin ich Spion, ich kann aussteigen und keiner merkt's. Aber du nicht. Ah, ich bin auch Spion. Ah, scheiße. Nein, ich bin Inchi. Da ist ja gar nichts los. Alter, 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 Alter. Ja, die merken uns gar nicht. Wir sind es selbst. Der hat uns gemerkt. Oh ja, das lieb, was sie merkt uns auch. Ich habe die ja verändert einfach mal. Das ist echt viel los hier. Das qualmen wir noch nicht, dann sehen sie uns auch nicht. Ha, ich kann mich reppen. Aber irgendwas geschießt uns gerade. Marker, ich glaube, ich ziehe eine Max, oder? Ja, war nicht schlecht. Repair-Maschiner am besten. Ja, klar. Nicht wieder, ich muss fahren. Ja, du musst fahre. Oh, ich bin aber jetzt immer tot. Aber ich werde wiederbelebt. Nicht gut. Oh, ich bin aber jetzt im Tod. Oh, im Medic, Alter. Scheiße. Ich habe dann drei Raketenwerfer ins Frieden bekommen. Ich habe mich gerade schon gefragt, ob du überlebt hast. Noch leweig. Ich habe mich jetzt verlegt. Jetzt bin ich tot. Laufen die und Truppen rum. Ja, gut. Ich habe noch 15 Sekunden. Oh, mein Gott. Du musst dich links von der Tür hinstellen. Äh, wo seid denn jetzt alle? Was denn? Ich bin kein Medic. Ach, Medic. Ja. Da habe ich doch gesagt, jetzt holt mich einer. Weil hier 500 Leute rumgammeln, da habe ich gedacht, ich hole die schon. Ja, ich habe mich 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 schon. Ja, jetzt bin ich hier. Boah. Boah. Boah, hast du lang. Boah. Oh, nein. Das kann ich mir gleich mal. Wo zur Hölle ballert die? Um rum. Weil ich kein Leben brauche. Johoho. War dir hart, Alter. Erstmal Muni hinlegen. Ja, hier ist echt ein bisschen was los. Bisschen. Scheiße, Mann. Dann sind wir weg hier. Ja, wir, wir, wir haben das Gebäude. Puschen. Oh. Boah. Boah. Ich auch. Ein verbündete Granate. Natürlich. Musste sein, einfach. Ich werde wiederbelebt. Ich nicht. Aber ich werde wahrscheinlich wiederbelebt. Weil ja einfach 20.000 Sanitäter umrennen. Ja, es kam schon zu dir. Wo ist denn jetzt schon wieder der Weg? Ich stehe hinter dir gleich. East River Sky Station, wo ihr unbedingt hinwolltet. Oh, sorry. Aua. Jetzt habe ich meine Karte gleich wieder komplett versaut. Ich könnte es nicht mehr beschreiben. Wir haben das Haus gepusht. Jetzt wollen wir gerade den Achtung wieder. Oh, da ist nicht nur eine Grenade. Oh, dammit. Ich bin du blöd. Ja, aber komm. Oh, scheiße, Nades. Oh, ich habe auch einen. Dealt hat mich gesehen. Oh, ich bin tot. Was? Ich bin der Granate. Ich bin der Granate. Obwohl ich mit dir war. Ich weiß. Oh, tot. Was? Ich bin der Granate. Ich gehe weiter hinten. Au, was war das jetzt? Och, Raketenwerfer. Wie geil. Wo bist du? Alter, du stirbst sofort instant. Du wirst wieder schreckt. Ich überlebe ich da mal. Ja, ich spiele jetzt hier Schildman. Kniezeichen, Repertur läuft. Nicht schön. So, und jetzt raus hier. Wir sind hier direkt rechts. Ah, ich bin sofort tot. Ja, du musst dritten bleiben. Ich war drin in alle. Ich war ja auch halbtot. Ich bin der halbtot. Warum schießt mich der Verbündete Heavy ab? Ja, weil es die Räderzeit ist. Oh, doch nicht der Waller 95. 90. Au. Oh, ne, weiter. Der C4, aua. Ach, ich habe mich getötet, yes. Oh, der ist der Maxis. Jetzt noch ich hier wieder. Das habe ich mit C4 gekült. Was, ich? Ja, der C4 in der Luft zerschossen. Oh, Alter. Ich fall immer runter, wenn ich schieße. Mich habe ich so gewundert, weil ich so viel verwendet habe. Ja, super. Der C4 vom Gegner in der Luft zerschossen. Wenn wir rauspubschen, Lappen will, ne? Wäre die Idee, ja. Wäre die Idee eigentlich. Achso, du bist auch mit der Maxis da, jo. Du schmeckst. Zuerst kriege ich mal den Sunny, wo der so schön steht. Ich muss mal kurz... Ah, man, das ist die Kerim, Alter. Okay. Ah, fuck. Nein. So. Abweiload. Das war schön. So, jetzt sind wir aber... Kannst du mich nicht reparieren? Äh, Lappengemer. Ich habe es zwar nur ein bisschen, aber danke. Ich bin auch halbtot fast. Also ich bräuchte auch... Was habe ich für Dienstabzeichen? Truppführung. Hey, geil. Ich kriege wegen euch richtig Truppführungspunkte. Ja, ne? Bis oben. Ey, wo sind die ganzen Gegner? Bist du unten? Ja, ich komme gerade. Die sind weg. Sind unten noch ein paar Gegner oder was? Ja, die kommen mal auf der anderen Seite. Ich sehe es gerade. Markus, kommen wir zum Chumpad zurück. So ist er. Sollen wir auch mal rüber springen oder glaubst du da liegt? Oh, das ist ein Spion gewesen. Nein, nicht rüber springen erstmal. Erst wenn ich voll bin. Ja, das dauert noch ein paar. Jetzt mit ihr Munition, oder? Ja, ich springe hinterher. Darf ich mit, oder? Nein. Oh, das schwitzt. Alter, warum habe ich den Spion... Ingenieur nicht geschaut getroffen? Oh, jetzt wurde mir gesteilt. Oh, das ist ein Häuser. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Ja, aber der war auch schon. Äh, Sandy von rechts, Sandy von rechts, oder Nordresten von mir aus. Ich habe ihn einfach. Alle lebt noch. Ja, ich hatte ihn reload, aber ich habe den Harrison geknickt. Da vorne steht, der Sandy ist weg. Das ist er noch. Scheiße. Und ist tot. Aber ich habe eine Shotgun. Geil. Oh, das ist ein Schuh. Ja, gut, der ist weg. Ich habe es auch gerade gesehen. Ja, weil wir boss sind. Holt einer ein Fahrzeug, wo vor allem Menschen sind. Ey, unser Maxx Crush hat uns halt echt einfach gesaved, Loxx. Markus, hol mal ein Fahrzeug. Hier leichtes, geht nichts. Na ja, wir müssen holen Sandy, dann fangen wir links. Muss nie das Fahrzeug holen, da. Ah, ich wollte von denen abkommen. Muss einfach nur durchs Teleporter laufen, dann muss er auch gehen, klar. Da drüben, Markus, ist der auf der Straße. Da kommt wieder in Sandy. Da kommt wieder in Sandy, ja. Auf der anderen Seite. Da kommt ja auch schon. Naja. Ja, weil der wird auch gefickt, aber. Oh. Ich warte, ob jemand aussteigt. Ist der Jump jetzt oben oder unten? Also dieses Fahrzeugding. Unten. Er brennt. Oh, scheiße. Bist du oben auf der Basis oder was? Nee, er ist unten. Ich hole ihn. Guck mal da, wo ich bin. Ich mache gerade Spawn durch den Rund. Aber wir brauchen einen Inchi, ist kaputt. Ah, jetzt ist repariert, glaube ich, oder? Sind hier Inchis? Nö. Noch. Bist du oben auf der 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 Bist du oben auf